Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mallman! So, ich hab gespeichert und wir kämpfen jetzt gegen Rocco! So, you here, I'm Brock. I'm Pewter's Gym Leader. My rock-hard willpower is evident, oh, real. My Pokémon are all rock-hard and have true grid determination. That's right, my Pokémon are all the rock-type. Fuh-haha! Fuh-haha? What the fuck? Na ja, again. You're going to challenge me knowing that you lose? That's the trainer's honor that compels you to challenge me. Fine, that. Show me your best. Show me what you got, Rocco. Alter, das sieht so anders aus. Also, als im Anime. Los! Kanna! Du bist klar dran, Glumanda! Sofort austauschen. Ja, ich glaube das ist ein Geowatz. Ne, nicht Geowatz, ein Geo... Wie heißt die unterste Entwicklung? Wie heißt die erste Entwicklung normal? Geo... Geostein? Kleinstein! Kleinstein! Ich glaube das ist ein Kleinstein. Los, Glumanda! Metallklaue! Yay! Super effective! Das ist schon mal gut. Defense Curl? Ja, von mir aus. Ja, das ist ein Kleinstein. Das ist ein Geo-Dude. Das hat mich irritiert. Weil ich denke... Nein! Glumanda ist am Tag den Gegner nehmen! Scheiße! Los, Glumanda! Du schaffst das! Du bist doch mein tolles Moemon! Du bist doch super stark! Du bist mein tolles, tolles Moemon! Du bist super! Du schaffst das! Ich glaube an dich! Du bist mein Nils! Äh, what? Du bist mein Nils! Du bist mein Nils! Du bist ein Five! Egal! Du bist wie mein Nils! Du bist... Treu! Süd! Witzig! Mutig! Stark! Ein toller Let's Player! Lalalala! Ja, ich... Nils! Schatzi! Schatzilein! Wehe! Du guckst das nicht! So! Glumanda! Das schaffst du! Jetzt kommt Onyx! Nein! Ich wollte tauschen! Scheiße! Egal! Oh! Sieht Onyx cool aus! Oh! Das sieht ja voll geil aus! Ich bin schwer beeindruckt! Also... Ganz ehrlich! An die Macher von... Also an die Designer von Moemans! Also die ganzen Pokémon gegen solche süßen... Dinger auszutauschen! Ich muss ehrlich eins sagen! Das ist geile Arbeit! Das habt ihr super gemacht! Das ist genial! Boah! Ich will noch mehr solche Moemans spielen! Das ist einfach nur einfach hammer mega geil! Wie die Pokémon so super super süß aussehen! Ernsthaft! Das ist so... Ah! Knuffig! Ach! Ich liebe es! Ernsthaft! Ich... Ich... Bin begeistert! Na! Oh nix! Lass das! Ich hab grad echt das Problem, dass ich... Äh... Dass mein... Blumander... Nicht gerade viel aushält im Moment! Also ich muss hoffen, dass O nicht weiter neben haut! Ansonsten seh ich ziemlich schwarz für meinen Blumander! Vor allem, weil es die ganze Zeit die Geschwindigkeit runter sackt! Und ich wahrscheinlich den beiden nicht mehr als erstes angehen kann! Mann! Oh nix! Du bist kacke! Warum treffst du die ganze Zeit? Du regst mich auf! Mann! Das Pokémon regt mich auf! Wieso? Wieso? Wieso treffen die immer, aber ich treffe nie? Hä? Mann! Das ist so unfair! Pokémon ist voll unfair! Ja! Das ist so unfair! Warum setzt uns jetzt Wickler ein? Verstehe das, wer will! Jetzt setzt uns Wickler ein! Willst du mich verarschen? Achso! Weil es die ganze Zeit schaden war! Super! Na toll! Jetzt bin ich tot! Yay! Mein Commander ist tot! Super! Los, Kiowa! Mach uns fertig! Du schaust das! Ich weiß, dass du es kannst! Jetzt setze ich die ganze Zeit das scheiß Teil ein! Und ich kann nicht mehr als erstes angreifen! Was für ein Scheiß ist das denn? Ganz ruhig! Warum lässt sich keiner ein? Ganz ruhig! Jetzt wird alles gut! Es ist nur ein Spiel! Es ist nur ein Spiel! Es ist nur ein Spiel! Warte mal! Du kannst Kampf? Du kannst eine Kampfattacke? Du kannst eine Kampfattacke? Kafferattacken sind doch auch super effektiv! Ich dumme ey! Egal! Ich hab's geschafft! Ich hab gewonnen! Mir ist scheißegal! Ich bin der Sieger! So! Leck mich! Ich! Das hast du verdienen, Rocco! Ha! 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 I took you for granted and so I lost! As proof of your victory, I comfort on you this! The official Pokemon League Boulder Batch! Melanie received the Boulder Batch from Brook! From Assbrock! From Assbrock! Asshole! Pah! Just having the Boulder Batch makes your Pokemon more powerful! It also enables another use of the new Flash of the... Flash? Of course the Pokemon must know the new Flash to use it! What is Flash? Wait! Take this with you! Ich hab TM930 erhalten! Was ist denn das? Ja, toll! Ich weiß, was TM's sind! TM ist auch gleich Technische Maschine genannt! Kann man einem Pokemon beibringen, was dadurch eine neue Attacke erlernt! Ich fand das ist Rocktomb! Achso! Okay! Auf nimmerwiedersehen, Arschloch! Vollidiot! Flash ist aber nicht der Schneider, oder? Jetzt erfüllt er mich zum Museum! Ja, danke schön, Alter! Ja, ja! Yes, yes! Would you like to come in? Yes! Right! Thank you! Und was gibt es jetzt hier zu sehen? Ammonitas, oder was? Ein Areodactyl Fossil! I should be grateful for my long life! Never did I think I would get to see the bones of a dragon! Naja... Ja, okay, es ist irgendwie ein Drachen-Pokémon! Yeah! A Pikachu soon! I promise! I want a Pikachu! It's so cute! I asked my daddy to catch me one! Oh! This, Mom, we're running a space exhibit! Schön für dich! Interessiert mich nicht! Moonstone, huh? What's so special about it? Looks like an ordinary rock to me! Das ist der Moonstone! Ja, ein Moonstone! Damit kann man hier Pipi in Pixie verwandeln! July 20, 1969. Humankind first set food on the moon that day. I bought a color TV just so I could watch those news. Wen interessiert's? Also mich auf jeden Fall nicht! Aber naja, ich werd ja eh nicht gefragt! Oh, ein Nidoran! Nidoran, sit! Sleep! finicky finicky and hard to handle an outsider is a pokemon that you get in the train it grows fast but it makes ignore the unskilled trainer in battle if only we had some badges ich gebe dir aber nicht meins tut mir leid das ist meins ich gebe dir das ich ich gebe dir das nicht wahrscheinlich erlernt man es der schneider ist ganz zum fluss naja ich hole mir jetzt auf jeden fall erstmal noch ein paar pucke bälle ja sechs reichen erstmal und eine potion thank you und bye bye auf nimmer wiedersehen so jetzt machen wir heiß wie zum pokémon center hi welcome ja welcome 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 heile einfach nur bitte meine pokémon ok boah ich bin so müde heute ich weiß auch nicht warum so dann taus ich mal mein radstuhl gegen meinen kanne aus alter ich habe einen scheiß kuckoo oder das herrn erkannt aber ansonsten nicht vor allem habe ich meinen horn hier nicht mitgenommen müssen hier bis sein kann ein ein kuckoo oder wird ah was passiert wenn ich ihm jetzt sage yes waren die fossile von mount moon amazing no who the fuck are you oh melanie hi i'm glad i called up to you i'm professor oxide i've been asked to deliver this so here you go yes ich hab endlich die laufschuhe ich kann endlich laufen press the b button to run but only where there's room to run well i must be going back to the lab bye 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 and thank you there's a letter attached dear melanie here's a pair of running shoes for my beloved channel remember i'll always here for you don't ever give up come on let's call the only laufen woohoo it can laufen wiii 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 oh das muss sofort gespeichert werden wiii und n ne ich kann noch ein bisschen excuse me you looked at me didn't you nein ich hab nach oben geguckt ich hab den südel da oben angeguckt oh mein gott sieht es so süß aus das wollte man schon nicht in beschadern oder dass er ein rock Hey guys Hey, lass uns Ah, die Emma wurde ja sowieso anders geschrieben Aber egal, es wird fast gleich ausgesprochen Also von daher Oh, Ratsi hat Rucksackhieb erlernt So Das ist doch mal was Pitchy Pitchy Ach, schon wieder Mann, ich kann mir die Narben nicht Egal Nochmal, Glut Glut, Glut, Glut Glut ist so toll Glut ist eine echt geile Attacke You mean Oh, ich bin gemein Oh, es tut mir aber leid Hi Hey Hey, I saw you in Vertania Wald Echt, du hast mich in Vertania bald gesehen? Weiß ich nichts von Ne Ich kann mich nicht an dich erinnern Tut mir leid Wer warst du nochmal? Ich bin so gemein Muha Go Glumana Los Setz Glut ein Haha Das ist super effektiv Oh Nein So Tobi muss auch mal Zerinn Oh, meine Nase läuft Scheiße Geht schon wieder Weedle Irgendwo wieder an Einen Typen aus Yu-Gi-Oh Denken Den ich schon immer sehr gehasst habe Weedle Das ist so ein Vollidiot Arschloch Und Wichser Zugleich Alles drei Ernst noch? Ey, das ist schon stumm Ja, mein Commander ist in Level 15 Yee Ja, ich tausse natürlich wieder um Äh, ich muss ja meine Pokémon ein bisschen trainieren Äh, meine Morimons Mann Äh, am besten meinen Rat zu fragen Weil das ist am Specksten bisher Ja, ich krieg das wirklich nicht mehr aus meinem Kopf Ich hab hier so einen tierischen Ohrbaum Deswegen Nur wegen dieser scheiß Attacke Mann Blödes Ember So, und bevor ich euch weiterhende Und Volltreller Verende ich diesen Part auch You beat me again Oh, wirklich Also, wenn euch das Video gefallen hat Abonniert auch bis zum Kanal Drückt auf Gefällt mir Und schreibt das nächste Mal wieder rein Wenn es ja wieder heißt Let's play Pokémon Äh, let's play Morimons Bis dann Bye 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 Bye